Kein Scherz, ich habe mit einem Teilnehmer gesprochen von einem meiner Kurse, er hatte eine Frage zum Thema ASP.NET und schickt mir seinen Quellcode und dann finde ich da drin tatsächlich Methoden, die so aussehen. Ist jetzt nicht original der Quellcode, aber ich habe es so original wie möglich nachgebaut, um es zu verdeutlichen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Deswegen also heute ein Video zum Thema Codesmelt, also schlecht riechender Code, spezifisch zum Thema Data Clumps. So, und wie gesagt, ich konnte es gar nicht glauben, als ich gesehen habe, dass er Methoden erstellt mit wirklich 7, 8, 9, 10 und noch mehr Parametern. Und ich musste wirklich mich ordentlich weit zurückerinnern, bin dann aber tatsächlich noch auf ein paar Erinnerungen gestoßen von meiner Anfangszeit, als ich angefangen habe mit der C-Sharp-Programmierung. Das ist wirklich jetzt einige Jahre her, das war so um das Jahr 2012, 2013, als ich meine ersten Zeilen C-Sharp-Code geschrieben habe. Vorher habe ich halt in nicht objektorientierten Programmiersprachen schon ein bisschen was gemacht. Und ich habe ähnlich auch Methoden wirklich mit Parametern versehen. Jetzt vielleicht nicht 10 an der Zahl, aber auf jeden Fall nicht anhand von Best Practices. So, und deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt heute hier mit dabei. Also wir haben einen Order Service und da drin haben wir drei Methoden. Create Order, Update Order und Cancel Order. So, und nicht nur, dass wir hier ohne Ende duplizierten Code haben, was es natürlich auch unfassbar schwer macht, das zu maintainen. Es ist auch einfach nicht gut strukturiert. Folgt keinerlei Best Practices und lässt sich ganz einfach und schnell durch das Erstellen von ein paar dedizierten Klassen eben beheben. Und dann alle fortgeschrittenen Entwickler, die sich dieses Video ansehen. Und über die letzten Videos hinweg habe ich gesehen, dass es einige von euch da draußen gibt, die auch gerne ihr Wissen teilen. Teil auch hier wieder dein Wissen, wie du es machen würdest und was du für Best Practices anwenden würdest. Also, diesen Code werden wir jetzt refactoren, um diesen Data Clumps Smell Geruch loszuwerden. Also wir erstellen dafür erstmal jetzt eine neue Klasse. Diese Klasse nennen wir Customer.cs. CS ist jetzt hier optional. Wir können die Internal machen oder Public. Ja, machen Sie jetzt Public. Spielt auch erstmal keine so große Rolle an dieser Stelle. So, dementsprechend haben wir ja in unserem Order Service hier mehrere Properties. First Name, Last Name, Phone Number und E-Mail. So, diese werden wir jetzt extrahieren. Also First Name, Last Name, Phone Number und E-Mail. Das mache ich kurz für die Properties. So, also hier haben wir die Properties. First Name, Last Name, Phone und E-Mail. Wir können das Ganze natürlich auch Nullable machen als String mit einem Fragezeichen, wenn wir es unbedingt als Nullable brauchen. In unserem Fall brauchen wir es jetzt nicht, deswegen lassen wir es einfach weg. Einmal kurz noch für zwischendrin. Wenn das hier für dich ein interessantes Thema ist, was wir gerade besprechen, dann schau auf jeden Fall auch mal in meine kostenlose C-Sharp Checkliste. Da sind die 30 wichtigsten Punkte bezüglich zu C-Sharp, die du lernen musst, um aus meiner Sicht als C-Sharp Experte zu gelten, aufgelistet. Ja, also kannst du die auf meiner Seite codingmitjannik.de kostenlos herunterladen und anschauen. So, das ist die erste Klasse, ja, für Customer. Das heißt, wir können in unserem Order Service gleich erstmal hier diese ersten, ja, unübersichtlichen Parameter loswerden. Jetzt kommt die nächste Klasse, rechtsklick, wir fügen eine neue Klasse hinzu, machen wir jetzt Address. Im Englischen natürlich mit Doppel-D, zack, Address, so, auch Public. Und dann schauen wir auch hier wieder rein in unseren Order Service, was wir haben. Street, City, Postal Code und Country. Diese vier werden wir auch jetzt wieder extrahieren, packen das in eine dedizierte Klasse, die wir extra dafür erstellen. Wenn das grundsätzlich nur Klassen sind, die keine weiteren Methoden haben, können wir dafür auch einen Struct nehmen, ja. Nur mal kurz angemerkt, wir bleiben jetzt aber bei Klassen, weil es hier jetzt nicht darum geht, ob du Classes oder Structs nehmen solltest. Es geht erstmal nur darum, dass wir diese Data Clumps, diesen Codesmell an sich eben entfernen und das können wir zum Beispiel mit einer Klasse tun. Ob Struct oder nicht, hängt da noch von weiteren Faktoren ab. Also, auch hier füge ich wieder die Properties ein. So, hier haben wir jetzt unsere Class Address und darin haben wir die Properties. Das heißt, wir haben jetzt Customer und Address voneinander getrennt in zwei separaten Klassen, ja. Und hier in unserem Order Service können wir das Ganze jetzt ersetzen. Wir könnten theoretisch, theoretisch, ja, auch eine Order-Klasse erstellen, ähnlich wie hier. Und würden einfach alle Properties oder Parameter, die wir haben, da reinpacken. Dass wir sagen, okay, wir haben First Name, Last Name, Phone, E-Mail, zusätzlich auch noch Street, City, Postal Code, Country und auch noch Product IDs und auch noch Order Date. Das kann man machen, aber wir können es halt auch einfach noch weiter auftrennen. Also, wie gesagt, teile mal in den Kommentaren, wie du es hier eben machen würdest. Ich würde sagen, es hängt vom Use Case ab und je nachdem, wie viele Methoden und Funktionalitäten man auch zusätzlich eben in der Klasse braucht. Also, jetzt werden wir das Ganze erstmal los hier, denn, wenn wir das so aufrufen wollen würden mit Create Order, dann schauen wir mal hier ins Programme CS. Hier haben wir jetzt quasi einen Order Service, den wir hier erstellt haben. Und dann rufen wir das auf. Das sieht halt einfach auch, ja, es sieht halt ultra shit aus. Kann man jetzt nicht anders sagen. Es ist viel zu lang, es sind viel zu viele Parameter, absolut unübersichtlich. So ist es natürlich überhaupt kein guter Practice. Egal, ob das hier hartgecodet ist oder ob wir hier Variablen verwenden würden, die wir von irgendwoher ziehen. Ja, also müssen wir das jetzt refactoren. Wir gehen in den Order Service und ersetzen hier die ersten vier, die wir haben, mit unserem Customer, den wir erstellt haben. Das heißt, wir sagen Customer, so, und dann auch hier Customer. Haben wir jetzt natürlich in unserem Dev Namespace, ja, da ist der erstellt. Deswegen wurde das oben als Using Direktive hinzugefügt. So, das können wir genauso für all unsere Methoden eben machen. Ja, das heißt, wir packen das hier mit rein. Alles, was eben nicht spezifisch für die Order ist erstmal, sondern nur für den Customer. Schon mal ordentlich reduziert, super. Ja, als nächstes machen wir das Ganze mit der Address. Das heißt, alles, was zur Address gehört, packen wir hier mit rein. Address und dann eben auch hier Address. So, einmal kurz vernünftig einrücken. Gibt es auch einen Shortcut für. Dann das Ganze auch hier refactoren. Zack. Und auch noch hier. Zack. So, jetzt fängt der Code an, langsam schon wartbar zu werden. Ja, also auf jeden Fall deutlich wartbarer, als er vorher war. Hier bei Cancel Order haben wir nur noch drei Parameter. Hier können wir auf jeden Fall quasi den Line Break entfernen. Ganz nach Clean Code können wir ruhig so stehen lassen. Passt in eine Zeile, ist gut sichtbar. Hier haben wir noch mehr Parameter, weil wir hier halt noch Product-ID haben und Order-Date. Deswegen bleibt das hier so stehen. So, wenn wir wollen würden, könnten wir jetzt eine Order-Klasse erstellen. Und in der Order-Klasse hätten wir dann Customer, Address, Product-ID und Order-Date. Das würde aber vor allen Dingen nur Sinn machen für Create Order. Denn hier unten bei Cancel Order, wenn wir das so machen würden, hätten wir dann Informationen, die wir gar nicht brauchen. Nämlich Product-IDs und so weiter. Das heißt, wir würden Daten mit da rein senden durch diese Klasse, die wir überhaupt nicht brauchen. Deswegen ist das, wie wir es jetzt aufgeteilt haben, erstmal eine relativ gute und logische Entscheidung. Wir trennen Customer und Address und behalten halt alle zusätzlichen Parameter je nach Methode. Gut. So, jetzt kann er das hier natürlich erstmal nicht mehr ausgeben, weil er halt versucht noch diesen alten Parameter zu verwenden. Das machen wir jetzt, indem wir Customer First Name verwenden. Das heißt, wir nehmen unser Objekt. Ja, das Ganze dann natürlich auch hier mit Last Name. Das sind einige Verweise, deswegen werde ich das einmal kurz vervollständigen. So, das haben wir. Jetzt haben wir quasi hier unseren Customer verwendet und für die Adresse dann eben hinten die Adresse, die wir erstellt haben hier. Der Code ist jetzt definitiv viel wartbarer. Und wenn wir das in unserem Program.cs jetzt aufrufen wollen, ja, dann brauchen wir hier nicht so eine endlos lange Parameterliste bauen, sondern wir können ganz einfach eben für die Methoden, die wir haben, passend dazu die Objekte erstellen oder natürlich irgendwo her lesen und dann hier übergeben. Also auch das mache ich noch einmal kurz. So, also passend zur Signatur von der Create Order Methode übergeben wir jetzt also ein Customer und eine Adresse, Product ID, Liste und ein Datum. Ja, so, hier haben wir den Customer, den habe ich jetzt erstellt. Hier haben wir die Adresse, die habe ich erstellt mit den zugehörigen Properties. Hier ist der Aufruf, passend zur Signatur und jetzt machen wir nochmal hier einen Line Break rein. Können wir es auch einfach so machen, um es nochmal deutlich zu haben. Ja, so, wäre jetzt quasi hier der Aufruf der Methode, passend zu der neuen Signatur, die wir erstellt haben mit einem Customer, einer Adresse, ja, hier einer neuen Liste von Product IDs. Auch das könnte man natürlich als eine Klasse refactoren, gar keine Frage und noch einer Daytime. Und schon ist die gesamte Codebase nur minimal gewachsen mit zwei Klassen, die wir dediziert dafür erstellt haben, aber die Wartbarkeit und Lesbarkeit ist halt deutlich, deutlich besser. Deswegen, wenn du Methoden erstellst, die viele Parameter haben, ja, sagen wir mal mehr als drei, die du logisch in eine Klasse zusammenpacken kannst, dann solltest du das auch unbedingt tun. Okay, also soviel zum Thema Codesmelt mit Bezug auf Data Clumps, ja. Denk auf jeden Fall daran, den Kanal zu abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.